Hallo und willkommen zurück hier bei eure Mutibär-Mande auf der bewutenden Stadt gegen den Porodos und Taraner, den Yinyu und Sarai El mit dem Mutibär und mir mein Rob. Hallo. So, möchtet ihr mal noch was wissen? Das war jetzt ganz schnell. Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Das ist mir zu schnell. Ich meine, das was mir am APM fehlt, mache ich mit meiner Stimme weg. Achso, ich weiß gar nicht mehr, was gegen was wir spielen. Schon wieder verrafft, Taraner. Schon wieder? Wollage Pfannen, yeah YouTube. Da mache ich gut auf jeden Fall nicht echt. Porodos und Taraner. Vielleicht was scouten sollte man. Quatsch, scouten ist sowas für. Prost. Für welche, die keine Orleans spielen. Ja, 2 gegen 2, das ist alles im Orleans. Egal wie. Ist nix gebalanced, nischt. Alles gebalanced. Oh, bei dir ist ne Sonde. Bei dir? Ich muss töten, Sonde. Sonde muss töten. Ich baue Pool. Pool kommt. Hattest hier gar nichts gesehen, Mann. Alles danach gebaut. Na ja, der Wichser wollte mir ein Glas klauen. Jetzt können wir uns nicht mehr Werbefreunde machen, das ist ne Wichser oder so. Oh, entschuldigung. Können wir keine Werbung schalten, die wir eh nicht schalten. Was ist das nochmal, der Wichser? Oh, entschuldigung. Schon wieder. Die so piep. Die sind gut. Und gefährlich. Irgendwann müssen ja immer bessere Gegner kommen, ne? Wir brauchen mehr Metallien. Wir brauchen mehr Metallien. So. Wie sagt's zu? Unten bei denen? Wir kommen auf jeden Fall nicht rein. Wir können Baillinger bauen dann. Okay. Dann brauche ich noch weiter. Das dauert noch ein bisschen, ne? Ich muss Baillinger bauen. Und dafür brauche ich erst noch mehr Gas. Dann nehme ich vielleicht ne Echse zwischendurch oder baue eine Robo. Ich baue eine Robo. Baillinger kommt jetzt. Da ist nochmal der Scout. Mal gucken, ob ich die Gold nehme. Ja, er sieht die Gold. Da ist die Gold. Er hat sie gesehen. So soll es geschehen. Bei mir kommt der Reaper. Bei dir kommt der Reaper. Gib uns einen Auftrag. Hoher Salat. Für den Ruf. Ja, hat er erwischt. Vorwärts. Ehre den Dailan. Die Templer rücken. Oh. Wenn die Ness kommt. Die Sonne noch irgendwo drin. Was ist doch nicht gerührt. Nein, weiß ich nicht. Ich geh mal vorgucken. Das ist nicht offen. Der Bunker kommt jetzt. Okay, ich baue jetzt gleich Berliner. Ich baue vorne Berliner. Dann ist alles offen. Ich mach schon mal hier. Oh. Das ist ja süß. Wo werden wir gebraucht? Für Selendis. Niemand kann uns aufhalten. Wo soll ich durchgehen? Hier. Da wo ich gerade aufmache. Das war's. Der Bunker. Ja, wir gehen auf die Echo. Nö. Dann gehen wir auf die Echo. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Lebenkanone aktiviert. Haben alle Arbeiter weggeburstet. Da kommt dann gleich der Clio rüber, gell? Das ist okay. Ich hab Türmchen. Ich weiß nicht, ob es so viel Schaden war, was wir gemacht haben. Oh, die Arbeiter waren alle weg. Die Echo werden gebürzt. Vom Thor. Der Rano. Der Rano. Kann natürlich sein, dass es gleich kommt. Der hat hinten ne Echse. Ne, jetzt bist du. Wo hab ich ne Echse? Das bin ich. Der Warpknoten. Der sah aus wie ne Echse für mich verweilen. Wir brauchen mehr Overlords. Ich hab jetzt 2 und Steppi. Wir können gleich nochmal. Ich baue immer weiter Länge. Wir brauchen mehr Overlords. Geht's hinter zu dir das Fliegeding? Kannst du hoch? Du kommst durch. Jetzt rakel durch. Jetzt können wir los. Was ist das? Ich kann los. Es kommt in den Void Raid jetzt an, ne? Void Raid? Ja. Das ist ein Verstand. Vielleicht eine Würde meine. Ich guck das mal mit E-Ding vor. Es kommen Helions. Komm jetzt. Hör da drauf. Und es da ist es von vorne. Da ist es? Ja, hab ich schon ausgelöst, die Falle. Na dann. Lass mich vor, lass mich vor. Ich hab die E-Ding. Hab uns ausgesperrt, das ist scheiße. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Overlords. Lass mich vor, lass mich vor. Ja, ja. Oder mach mir doch zu bestimmt, ne? Jetzt nicht mehr. Ich muss mal noch ein zweites Gas nehmen. Hast du Echsen nebenbei? Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich bürste noch mal rein. Oder? Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Probier's. Ich komm mal nicht hoch. Ich mach mal wieder zu. Nee, komm nicht hoch. Komm, wir gehen. Wir brauchen mehr. Das P Bribon. Ich vermiet doch mal rein Und noch jetzt… Mhm, ist denn los. Ich bin hier in die Schatten. Wo ich das in der Xe noch mache? Ja, nimm halt. Flieger kommen. Noch mehr. Geh so weit raus. Mineralien fällt, erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das könnte natürlich jetzt nach hinten losgegangen sein, das Ganze. Die Verbündeten befinden sich im Kampf. Mineralien fällt, erschöpft. Irgendwie. Ich weiß nicht. Was machen wir denn Gold haben? Ja, Gold ist voll besetzt. Die Basis eurer Verbündeten befinden sich im Kampf. Sehr weise. Ja. 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 Wir wollten den Trocken, aber haben sie nicht geschafft. Der Kampfesruhen wird unser sein. Void Rays, Void Rays, Void Rays, Void Rays. No Void Rays sind jetzt... Oh doch. Was? Ich wollte gerade sagen, die sind genauso schnell wie mein Zeug. Das ist schon wieder getroppt. Nicht der Rede, wer. Die Echsen jetzt vorne. Oh, Void Rays, Alter. Na gut, das ist nicht schlimm. Ich habe eh gerade alles abgezogen, aber... Ich hasse, wie du meinst. Das ist so eine lucky Einheit, ey. Du musst nur einfach mal auf Screen sein. Mal kurz nicht aufpassen. Na ja, dann wirst du weg, wie du meinst. Da verliert jetzt alles. Ein Tropfenstück verloren. Na, mir ist es egal. Ja, ein Terranos ist es egal. Der kann so schnell nachbauen. Mineralienfeld erschöpft. So, er hat das nächste Tropfen verloren und hat nichts bekommen. Blödsinn. Wollt ihr jetzt Echsen? Was? Wollte ich Echsen. Achso. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Ach, scheiße. Für die Echsen. So wenig wie da rein. Du musst mal den Creep auch mal ein bisschen ausbauen. Ja, das ist immer schwierig, wenn wir so zweit spielen. Ja, richtigen Gegner wenigstens. Dann klebst du dir alles voll, dann klebst du mir alles voll, dann kommt dir heute einen Tropfen. Du hast ja solche Druck- oder weniger Druck-Pilone. Dann klebst du deinem Tropfen. Wir brauchen Mineralien. In den Sieg. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Wir brauchen Mineralien. Beide verloren, geil. Beide Dropshipping verloren, aber... Können wir mal ein Go machen jetzt, oder? Ähm, warte. Du musst noch ein paar Gates bauen. Ich hab noch Baining upgrade bauen sollen, ja. Hast du ein bisschen mit den Reihen übrig? Ja, ein bisschen. Da müssen wir noch ein Peer Gates setzen. Witzig, oder? Oben ist wieder ein Drop bei dir drin. Wir finden sich im Kampf. Was ist das Schwachsinn, was er hier macht mit seinen Bärsen? Wir brauchen mehr Vespingas. Du wolltest halt probieren, ne? Oh, es kommt gleich die Bomber nun. Mineralienfeld. Erschöpft. Was? Was? Wollt ihr denn nicht? Wir brauchen mehr Mineralien. Mit der Morphose, wir brauchen mehr Vespingas. Mineralienfeld. 灰dp. Jetzt müssen wir mal. Ich nehme jetzt alles. das tor ist durch das sind tropfen lassen Der Drop ist da. Ich hab Türmchen. Ich hab Türmchen. Ohne Ende Türmchen. Shit! Ich hab die Tür gebürstet. Was hör du? Oh, da fällt noch ein Bidumite. Ja, Terraner. Da haben wir uns zu lange Zeit gelassen. Naja. Sind wir durch. Komm mal raus. GG. Brauchen wir nicht zu Ende spielen. Das bringt nichts. Naja. GG. Da haben wir uns zu lange Zeit gelassen. Die Storms waren zu böse hier. 4.461 MMR haben die. Die waren Meister 2. Dafür haben wir lange durchgehalten. Ahja. Da muss ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Bis dahin. Tschö tschö. Au. raus raus. Sau. Sag anruf. Wirler. Da haben AREael. Wenn wir los da, das noch nicht machen Sí. Die glauben Sie, dakau. Dort. AbTwitungen. Wenn wir den Tag oder ja tunen. Wましょう. Untertitelung des ZDF für funk, 2017